die treffen irgendwas da wo du gerade hingeschossen hast weiter draufschießt das ist eine stellung die Stuka sollte den jetzt knacken das passt ja das sitzt super und genau hinter die Sandsäcke schön schön Stuka hat getroffen zieht sich statt den Knalllappen die hier rumballern nee ich werde geschossen oh fuck ich werde geschossen ja fahr 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 libano fahren nicht stehen bleiben ich steige ja schon ein ich habe ihn passt alles gut ach sauber ja das war super lang ja genau der hat wie nah war denn der 100 Meter ne geht nicht beide vehicle sind ok äh kannst du mich einweisen äh ja vor vor und dann nach links passt jetzt zurück und nach rechts stop stop nein zu weit viel zu weit ja ok bei mir dauerts ein bisschen mit der hopp spawne rein du musst einfach respawn drücken das ähm ja ja habe ich neun Sekunden ja alles gut ne 21 ok wir verlegen das Spähwagen von links äh ich steige aus oder was ist schon zu spät ich bin im Arsch ich fahr schnell weg oh fuck 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 oh ok äh ist gut hat es hier erledigt was denn? Spähwagen ist tot wieso das? ähm weil ich geschossen hab und er ist geplatzt fand ich sehr nett mit was hast du geschossen? mit der pack die stand hier so rum da habe ich mir gedacht ach so das ist ja logisch eigentlich ja aber so genau hier dann können wir nämlich den rechten Hügel noch ein also wo ich hin wo ich stehe quasi ja jetzt guck mal in die Richtung wo ich gucke ist das so ok? ja macht wir können ja eh drehen ja passt ok schnell buddeln und dann den Truck am besten nach rechts runter wieder dann ist der nämlich safe dann können wir mit dem noch fahren mit der Sicherheit nicht resetten egal ich fahre schnell runter ja ok ok ich schieße das MSP raus das ist glaube ich ganz gut das wird nämlich vermutlich dann auch den B1 anlocken ah da steht der auch schon ok perfekt lass den Motor mal an B1 verlegt da kann ich jetzt nicht schießen komm wenn der auf den Hügel fährt das wäre geil was war das denn für ein Mörser was war das denn für ein Mörser äh da ist ein Kommandant der uns sieht glaube ich den schieße ich mal weg geht's hoch Möchtest du dir einen Artillerie schlag? ja der meldet uns schon jetzt müssen wir schnell schießen ok der ist tot wenn du kannst hast du einen Schwerglas? ja ja ich guck schon mit guck einmal rundum achte bitte rechts auf den äh kommand ich bestätige zwei Panzer einmal den B5 fährt immer noch Feld herum achte rechts auf den B1 der darf jetzt nicht kriegen kriegen geschossen ja unbedingt melden wo etwas weiter rechts unterhalb davon da liegt einer und zielt scharfschütze auf dem Hügel rechts wo ich grad hinschieße da schießt die Panzer nicht etwas weiter links auch noch zwischen da wo du geschossen hast und dem Krack genommen ja etwas weiter rechts davor siehst du den der ist tot achte auf den B1 ja 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 da läuft ein Panzerschütze ich wollt grad sagen aber das ist ein unserer ja aber dann ist da der B1 ok das sieht aber gut aus sonst müsste ich aussteigen und gucken noch mal rechts neben uns weil da sehe ich nur dich ja ich höre ihn fahren da kommt ja ja wir brauchen ein Panzer hier ich sehe noch nicht ich bin jetzt ausgestiegen hab ihn aha zerstört B1 ist zerstört super ein Schuss ja gut gute Arbeit Leute ich hab das beobachtet ich werde euch äh nennen äh für eine Befattung ja das hat sich alles gelohnt ja ja den wollte ich grad melden sehr schön Laufkleppern Laufkleppern Franz Mann Läuft noch links ist das HE? ja ja fuck msp verlegt krieg den boah der fällt genau in mein Schussfeld ist das geil treffer schießt du gerade? ja ne 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 der ach der Kommandant schießt hier irgendwie ich weiß nicht wieso ne ne der msp ist vernichtet ne der msp ist vernichtet äh hast du grad geschossen ihr platoonkommandant ja doch da fährt doch was verstanden ich hör ihn der ist westlich von uns ne westlich von uns äh ist fertig msp war das ist tot ja gut schnapp char b1 b1 panzer wo? ich suche steht er fest äh hat er 4 geknackt warte char b1 hat er versichtet steht er fest ne wo? äh panzer 38 schießt schießt mal auf den b1 grob in die richtung und wir locken den linee 88 auf angriffsmarke checken äh wir locken ihn zu euch genau schießt lebanon auf marke schießt genau den ja okay apcr wieder rein ist drin schießt der kleine panzer der lockt ihn jetzt an das ist heldenhaft warte ich ja der entbuddelt mal panzer ist markiert genau einmal anschießen und dann zurückfahren müsste klappen kommen schon leute der panzer stayt still da hinten ist infanterie wir haben char b1 auf der hauptstraße top jawoll Johohohohohohohohoh. Wow ikonjcht Ja Wieso steigt der aus? Ich glaube die müssen est priorieren Ich glaube schon Ok, ich geb der einfach weiter Ziele durch Oh Das waren nah Schön, dass die barrikade gesteht ich denke das war's ich komme dann wenn du jetzt eine bombe auf den pfanzer schmeißt unser pfanzer jetzt fährt er gerade wieder das ist unsere arti egal das wird schon klappen bald bei dir fährt tatsächlich was bekämpft ihn weiter ist nicht so mörderisch da schießt um diese gaswolke da noch jetzt sehe ich das auch krass ich schieße den b1 an kannst mich ein bisschen reinleiten muss erstmal rankommen b1 ist vernichtet dafür sind die acht acht er noch da noch ein flieger ist der diesmal für uns kann jemand von der squads den südlichen msp zum punkt naja strafing run aber er geht zum zum bombing run zum bombing run zum